Tipptüttüttü? So. Herzlich willkommen zu ner neuen Folge. Oh, da kommt gleich so ein Schwiech. Nein, au. Nein, geh weg. Au. Wie schießt man? Ach so, gut, okay. Pamdi. Gut. Ja, äh. Ich hab unbisschen zu viel Ratchet & Clank die letzte Zeit gespielt. Oder das zu sehr... zu uns das ist sehr spät erst wieder gespielt hat und bleibt es aber ich habe aber so jetzt geht es hier weiter ach du meine Güte da ist ein Drache der spuckt Feuerbälle hallo 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 also der verliert schnell den Fokus hallo 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 oh ah jetzt gibt's jetzt gibt's Rache da würde ich ja gerne ha jetzt hat's Rache gegeben naja gut was sind da unten ach da schwimmt so ein Vieh rum äh nein wie geht das nein machen wir so tipptipptipptipptippt ja so so schnell kann man das verhindern ja ich muss erst mal wieder in die Steuern reinkommen äh ah so kann man so Licht an und jetzt nochmal das ganze hallo rache 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 so eine Schießanlage erledigt weiter so ich kann ja gar nicht ich kann ja gar nicht schießen wenn ich ranzoome das ist ja doof wo geht's denn da hin egal ich weiß nicht so das war natürlich gespielt ich wüsste dass der da rauskommt die 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 sonst wäre ich jetzt noch nicht so gelassen wieder wenn ich nicht gewusst hätte dass da noch welche was sind denn das für komische helle Pünktchen ich habe gar keine Ahnung denn ich habe das Spiel ja schon schon gar nicht durchgespielt oh nein Hilfe pam die pam die pam ey warum machst du mir denn weh ich habe dir doch gar nichts gemacht nur dich ein wenig ähm ange ange angeschossen die 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 ach wieder solche ähm orange Viecher dann danke für die health points na gut die könnte ich auch stehen lassen ach da schießt ja so ein Viech mal wieder hallo ali hallo ah hallo ali hallo na gut jetzt reicht's aber Hilfe Hilfe wo bin ich kann ich denn tauchen ah ich kann tauchen oh da unten sind äh Bomben denke ich mal die piepsen so und sehen so aus wie äh Bomben was ja kom jetzt aber jetzt peinlich mich kam 2 Schließanlagen. Gut so. Wenn man hier die Beherrschung verliert, ist man schneller tot, als dass man sagen kann, ich hab die Beherrschung verloren. Oh nein, jetzt werde ich sterben. So. Schneller, als dass man das sagen kann, ist man hier tot. Ich muss dem auch noch das Licht sprengen. Nein. Ah, ja, erstmal reinkommen in die Steuerung. Das ist, ja, das muss ich, ja, abwechselnd spielen, die beiden Spiele. Oder ich suchte das eine durch und dann habe ich genug Zeit, das andere in Ruhe zu spielen, aber das mache ich nicht. Ein Kügelchen, zwei, drei, vier, brauchen wir eigentlich alle gar nicht mehr, aber trotzdem sage ich sie gerne ein. Also ich finde das Ding da richtig witzig. Da kommt der Qualm aus den Ohren, wenn es spuckt. In diesem Wasser ist normalerweise kein Precursor. Also ich habe bis jetzt hier noch nie einen Precursor gefunden. Dann, hier ist ja ziemlich dunkel. Okay. Na, zum Glück haben die ja einen leuchtenden, ähm, Schädel da. Mit, ähm, ja, eingebauter Leuchte. Sonst wäre das ein wenig... Au! Schlecht. Au. Au. Nein. Jetzt sterbe ich sogar noch bei der letzten. Oh nein, nein. Dann muss ich, glaube ich, wieder von ganz Anfang an machen. Bitte nicht von ganz Anfang an. Bitte nicht von ganz Anfang an. Was sag ich? Bitte nicht von ganz Anfang an. Du doofes kleines... So, jetzt renne ich hier einfach mal kurz schnell durch. Babi, 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 ja, halt die Klappe, du. Hübdi, libt, libt, libt. Ja, ist klar, du bist in der Gitter, du kannst mir nichts. Pam, di, pam, di, pam. Pam, ein bisschen Help Points. Dann hier, die haben jetzt ihre Taschenlampen abgelegt. Sie haben gemerkt, dass ich darauf nicht mehr reinfalle. Zum Glück sind die nach zwei Schlägen tot. Dip, 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 dip. Pam, dip, pam. Jetzt noch ein wenig Help Points. Nein, brauche ich? Ja, nein, brauche ich nicht. Ich brauche die eher, wenn ich diese Waffe hier da zerstört habe. Ich könnte ja auch schon früher schießen, aber da... Ich bin mir eher sicher, wenn ich näher dran bin, dass... Boah, tja, 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 tja. Bin ich wütend. Das ist einfach verschwunden. Jetzt brauche ich natürlich neue Help Points. Komm, das schaffe ich. Nein. Ach, hier geht es ja eh nicht weiter. Pam, 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 pam. Hilfe! Ey. Du Dover, äh, Knochen, ähm, Panzermann. So, ich hoffe, da vorne ist, ähm, Munition und Help. Gut, ja, danke schon. Hat mir jetzt viel gebracht und die Help hätte ich vorhin mitnehmen müssen. Denn die regeneriert nur zwei Herzen. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Ach, ja. Die vorletzte. Die macht uns jetzt kapit. Naja, gut, nicht ganz. Aber... Jetzt habe ich gerade mal einen Vers... Ne, zwei Versuchen, die letzte. Umzulegen, die letzte Schießanlage. Werde ich das packen? Ich bin mir nicht sicher. Speichern kann ich ja auch nicht, denn hier gibt es keinen Quick Save. Klasse Leistung, Jungs. Ihr habt alle Schießanlagen zerstört. Kommt jetzt zurück zum Hip-Hop. Hier war... Hier war... Hier... Hier war doch ein... Metallschädel. Theoretisch könnte ich mich jetzt umbringen, dann wäre ich sofort wieder da. Aber ich kann auch hier durchgehen. Und halt, ähm, ehrlich spielen. Und ohne Glitch. Denn das andere ist ja, soweit ich weiß, ein Klitsch. Ach, hier sind ja noch. Ach, du meine Güte. Erschreck mich doch nicht so. Bin ich jetzt? Ah. Ah, nicht ins Wasser. Och, ich darf das Wasser, komisch. Okay. Wee. Wee. geh auf ja ging das Ding da hoch mit mir! Tschüss!! Ich kann im Kreis weiter hoch? bitte springen! nein, regelt das nicht? ob ich bin hier noch und muss hier lang Dankeschön ich weiß jetzt nicht, wieice... Aja Ich hatte jetzt fast geschossen, dann wären die mir wieder gefolgt, aber das wäre auch nicht so schlimm gewesen. Ich bin ein Profi. Uh, beim Fliegen. Pam, so kann man die wegschleudern, aber das mache ich ja nicht. Ich bin ja ein ehrlicher Bürger, ich tue den anderen Bürgern ja nichts. Ja, ich bin ja ein lieber Bürger. Ich rette ja diese Stadt und ich will sie mir nicht in den Arsch legen. Ah, so was passiert, wenn man diese Bürger veralbern will. Ja, veralbern. Ui, stimmt ja, wir könnten ja noch mal ein wenig mehr hören. Denkt daran, seine Freunde könnten Feinde sein. Ha, hau. Das Gesetz darf nicht nachsichtig sein. Gerechtigkeit folgt Punkt. Die Untergrundbewegung ist tot. Eine Herrschaft. Meine Herrschaft. Schließt euch der Crimson Garda an. Dann darf eure Familie bleiben. Führen heißt kontrollieren. Gebt eure Freiheit auf und ich werde euch beschützen. Vertraut mir. Und ich gebe euch den Himmel auf Erden. Eure Stadt braucht einen starken Führer. Kein dummes Kind. Fremde sind hier nicht willkommen. Meidet jene, die nicht an mich glauben. Ich bin das Symbol von Haven City. Ohne meine Stärke gäbe es keine Stadt. Folgt mir in eine sichere Zukunft. In der Hand der Mauern bei mir seid ihr sicher. Rebelliert und sterbt. Willkommen in Haven City. Nur zu eurer Sicherheit ist das Gesetz zu hart. Gehorrekt und ihr werdet nicht bestraft. In der Stadt ist es sicher. Ich wende jede Gefahr von euch ab. Vertraut mir. Seid versichert. Ich werde die Metallschädel vernichten. So oder so. An alle Bürger. Dieser Aufstand des Untergrunds wird mit aller Härte niedergeschlagen. Wir löschen diese arroganten Emporkömmlinge aus. Niemand darf mich oder die Ordnung der Stadt drohen. An alle Bürger. Ihr strecht euer Baron. Die alten verschlossenen Tore sind ohne Erlaubnis benutzt worden. Zum Glück gab es keine Versorgung. Aber wir alle wissen, wie tödlich das Ödland ist. Niemand darf ohne Erlaubnis die Stadt verlassen. Macht bekannt, dass jeder Verstoß mit dem Tod bestraft wird. Tapfere Bürger. Heute ist der Jahrestag der großen Schlacht, die den Standteil zerstörte, den wir heute Toten stattfinden. Gedenkt derer, die an diesem Tag starben. Denkt daran, wie viel die Metallschädel uns für ihren Verrat schuldig sind. Denkt an meinen tapferen Kampf. Ja gut, das reicht jetzt auch mal wieder. Sei ruhig. Ja, das... Dieses Komische, das sieht wie ein Fischchen aus. Ups, sorry. Ja, ich höre gern mal dem zu, was der so alles fabriziert hier so bappelt tut. Ui. Hoch und 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 hoch. Ui. Und da hinten geht's zur Crew ins Geschäft hinein oder in die Bar. Was denn das für da oben? Ach, das ist dieses... Ja gut. Komm, klopfen wir an. Komm, klopfen wir an. Äh, äh, schade. Äh. Äh, 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 äh. Schade, okay. Pam. Pam, pam. Ich will dieses... Au. Nein, wir sind tot. Moment. Hä? Seit... Was ist denn das hier? Also, normalerweise sollte das ja noch gar nicht hier stehen, aber... Okay. Komm, gib mir dein Auto. Na gut, dann gib mir dein Auto. So, so, jetzt seht ihr, wie das geht. Naja, lieber nicht. Oh, genau das wollte ich nicht. Pam, pam, pim, pam, pum. Schum, pam. Ja gut, dann sag ich mal Tschüss, wenn ich hier angeklopft hab. Wenn ich hier reingehe, ist die Inversion eh vorbei. Ja gut, dann Tschüss, bis in der nächsten Folge. Ich will. Okay. Okay.